Was bedeutet der Begriff New Work und welche Auswirkungen hat dieser Begriff auf unsere Arbeitswelt? Das klären wir in diesem Video. Der Begriff New Work hat eine lange Entwicklung hinter sich. Globalisierung, Digitalisierung, die Corona-Pandemie, die großen Herausforderungen an Gesellschaft und Arbeitswelt unserer Zeit bringen New Work in aller Munde. Und damit herzlich willkommen hier bei Berg & Macher. Wir sind Organisationsentwickler und geben euch in unseren Videos Einblick in die Themen agile Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Mein Name ist Sandra und im heutigen Video werfen wir einen tieferen Einblick in den Begriff New Work. Doch lasst uns mal ganz von vorne starten und einen kurzen Blick auf die Geschichte des New Work werfen. Der Sozialphilosoph Frithjof Bergmann prägte den Begriff bereits zu Beginn der 1980er Jahre. Arbeit soll das sein, was den Menschen stärkt. Dabei dient Arbeit zum einen Teil dem Broterwerb und der Selbstversorgung. Jedoch auch, und das war damals neu und ist sehr wichtig, der Selbstentfaltung. Mit Reinventing Organisations schrieb Frederic Laloux einen weiteren Klassiker der New Work Literatur. Ausgehend von Unternehmensbeispielen untersucht er, wie sich Strukturen, Praxis und Kultur in Unternehmen weiterentwickelt haben. Und von dort an war klar, New Work ist in der Arbeitswelt angekommen. Doch warum ist New Work der richtige Ansatz und was bedeutet das konkret für mich und mein Unternehmen? Zunächst müssen wir uns klar machen, dass der Entwicklung innerhalb von Unternehmen in Richtung New Work zwei zentrale Kenntnisse zugrunde liegen. Unternehmen und deren Mitarbeiter müssen sich an die in kürzester Zeit wandelnde Gesellschaft und Arbeitswelt anpassen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Agilität ist hier das Schlüsselwort. Zweitens, Menschen wollen sich in der Arbeit entfalten und ihre Potenziale ausleben. Arbeit und Leben unterliegen keiner fixen Trennung mehr. Dies ist in einer klassischen Unternehmensstruktur, wie zum Beispiel einer pyramidalen Organisationsform, einfach nicht abbildbar. Zu diesem Thema haben wir auch schon ein kleines Video gemacht. Sieben Hacks für die erfolgreiche Transformation. Jetzt hier oben rechts verlinkt. Wir können heute von zwei grundsätzlichen Blickweisen auf New Work ausgehen. Ein Teil sieht New Work als bunten Werkzeugkasten, dessen sich Unternehmen bedienen können, um agiler, schneller, effizienter zu werden. Der andere Teil folgert, dass New Work eine von Grunde auf neue Sichtweise auf unsere Arbeitswelt ist. New Work ist eine Art Ausrichtung, ein neues Mindset. Dieser ganzheitliche Ansatz entspricht einer agilen Organisationsentwicklung, einer nachhaltigen Transformation hin zu einem anpassungsfähigen und selbstlernenden Unternehmen. Unser Experten-Tipp ist daher, folgende Fragen wirklich ehrlich für sich selbst zu beantworten. Fragt euch mal zu eurer Vision. Warum gibt es eigentlich unser Team, unsere Organisation? Im Bereich Strukturen fördert unsere Struktur das agile Mindset unserer Mitarbeiter. Mit Fokus auf die Teamarbeit. Wie arbeiten wir eigentlich im Team aktuell zusammen? Und im Zusammenhang mit dem Thema Führung. Welche Kultur leben wir? Und abschließend, sehr wichtig zum Thema Wertschätzung, sind wir auch in der Lage, wirklich komplexe Themen zu lösen? Weitere Fragen findet ihr auch in unserem Blog, welcher jetzt hier unten in der Beschreibung verlinkt ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, New Work ist ein Begriff, der heutzutage viele Strömungen und Ansätze unter sich vereint. Aus unserer Erfahrung als Organisationsentwickler und New Work Begleiter bei Berg & Macher sehen wir klar die Vorteile eines langfristigen und partizipativen New Work Ansatzes. Wichtig dabei ist es, einen iterativen und schrittweisen Prozess anzustoßen. Wenn ihr sehen wollt, wie wir Unternehmenskultur in drei Minuten erklären, dann schaltet gerne in das Video ein, was jetzt hier rechts verlinkt ist. Und dann heißt es nun, los geht's. Jetzt seid ihr Macher gefragt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Gestalten von New Work in eurem Unternehmen. Servus!